Ein jeder Hund hat einen ganz natürlichen Jagdtrieb in sich, weil er eben vom Wolf abstimmt, auch wenn er nur so lieb und gut erzogen ist. Es kann schon häufig vorkommen, dass er, wenn er dann ein Wildtier auf kurze Distanz entdeckt, dass er seinem Instinkt und seinen Trieb dann folgt und dem Wild dann nachjagt. Das gilt es natürlich dann zu vermeiden und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Hund an die Leine nehmen. Also achten wir darauf, respektieren wir unsere Grenzen.